genau jetzt kommt bei mir der spruch von wegen fortschritt geht flöten das wollen wir ja damit ich hier die nächste das mache ich damit du kannst die immer im endeffekt immer und immer wiederholen und ich habe immer noch nicht abgaben ja ungefähr braucht ihr dann ungefähr wenn man jetzt bei dir das dann machen braucht man braucht nur ungefähr eine halbe stunde für die 70.000 sage ich jetzt mal und wenn du die fertig hast dann kommt schon wieder bei der nächsten weitermachen du siehst da rein schubsen oder was du ne look reiner ich rauche nebenbei das mache ich immer gerne wenn ein beifahrer fangen wenn die andere auch wie viel bonus kriegt man eigentlich wenn man mit weniger 1 3 3 prozent durchkommt das ist In der Lobby würde es nicht sogar lohnen, in der FBI-Gebäude. Ich glaube, da fühle ich dich in Zukunft rein, wenn sie nur noch rumballern. Was hast du jetzt gemacht? Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt eben? Du hast eben... Du standst eben auf der Kreuzung und hast gestanden, weil du den Fahrradfahrer vorbeigelassen hast und auf einmal bist du... irgendwas ganz woanders. Also, die Kreuzung und den Schillings wieder verlassen. Ja! Ja, ich nehme auch auf. So. Oh! Oh! Ich hasse einen Führer zu fahren, Mann. Ich hätte dir auf den... Ich hätte... Ich hätte dir auf den Punkt setzen können. Ha 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 ha! Ah ha ha ha! Der hätte ich auch noch ne Kuh Ich auch nicht Ende Nee Ey, wir haben es jetzt Wie oft haben wir es hintereinander eben gesagt? Drei Mal Drei Mal Bei mir konntest Bei mir Die Mission davor bist du auch bei mir abgesprungen Die Mission davor bist du bei mir auch vom Motorrad abgesprungen Freunde Vielleicht wurden Ey, ich weiß nicht Ich hab noch nie Seitdem ich hier spiele Über solche Probleme In dieser Mission geredet oder gehabt Von wegen warten Nicht warten Ich bin zu schnell Und Die habens Kein einziges Mal Die Gops Nicht gucken Die Goppen Einfach wo Nicht gucken was ich wollte machen Gucken Umsteigen ihr habt ja he ist er fang schon du bist da du bist du bist Was ist das? Yo! Was ist das? Das ist ein kleines Kuss. Ich bin noch nicht auf dem Kuss. die 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 und vor dem steigst du genau in bei den brüllen ich spiele auch so weit zurück am 11m so weil ich jetzt kein bock mehr habe weil ich dass mich jetzt bestimmt nicht so dumm anquacken echt wirklich tut mir leid ja ja ich sollte doch mal buffen weiß ich doch ich fahre nicht zu schnell ich bin gar nicht so schnell gefallen ich wollte nicht leben wer von kitzel ich bin gar nicht so schnell ich bin gar nicht so schnell